Und jetzt haben wir die Ehre, Sie haben es gemerkt, unseren Konferenzjoker, immer wenn es eine Spezialitätenfrage gibt, dann kommt Thomas Fischer. Schon zweimal die Gelegenheit heute Morgen. Wir werden ihn jetzt etwas ausführlicher noch hören und nicht nur in Kurzinterventionen. Du wirst uns, Thomas, etwas erklären aus der kantonalen Perspektive, was das bedeutet, Open Source. Auch dir, die Bühne ist deine. Vielen Dank. Der Grund, wieso ich eine Joker-Rollein nehme, ist, dass ich im Kanton Bern einen Doppeljob habe, wie auch unser Amt, das Amt für Informatik und Organisation, einen Doppeljob hat. Wir sind einerseits das ICT-Amt der Kantonsverwaltung, aber andererseits auch das Amt für öffentliche Beschaffungen. Darum darf ich als Jurist dieses Amtes sowohl das Beschaffungsrecht wie auch das IT-Recht aufgrund studieren. Und darum gefällt es mir immer, wenn es da Überschneidungen gibt, wie jetzt beim Thema Open Source Software in der Kantonsverwaltung. Ich möchte Ihnen kurz zeigen, wo stehen wir beim Thema Beschaffung von Open Source Software in der Kantonsverwaltung, wie sieht es auf der anderen Seite aus. Wir publizieren nämlich auch Open Source Software. Wo stehen wir da? Und dann möchte ich meine persönliche, subjektive Einschätzung zum Stand dieser Arbeiten und des Status von Open Source in der Kantonsverwaltung mitgeben. Der Grund, wieso wir Open Source beschaffen, den haben Sie aus den vorhergehenden Referaten mitgenommen. Es geht uns um die Reduktion von Abhängigkeiten zu Anbieterinnen und Anbietern. Sie haben auch mitgenommen, dass die Lizenzfrage nur eine von vielen Dimensionen ist, aus denen sich Abhängigkeiten oder vielleicht Möglichkeiten zum Reduzieren von Abhängigkeiten ergeben können. Aber es ist eine wichtige. Und das ist auch der Grund, wieso wir bei unseren IT-Beschaffungen womöglich auch das Lizenzmodell und OSS berücksichtigen, und zwar dadurch, dass wir Zuschlagskriterien einführen, die eben Lösungen, die als Open Source oder aus anderen Gründen die Abhängigkeit reduzieren, Bonuspunkte geben. Die SIG, die Schweizerische Informatikkonferenz, hat eine Checkliste erarbeitet, die ich hier auch verlinkt habe. Sie haben die Präsentation dann ja auf Internet im Zugriff und die uns dabei unterstützt. Mögliche Zuschlagskriterien für die Beschaffung von Software sind zum Beispiel, dass wir einer Software Zusatzpunkte geben, wenn der vollständige aktuelle Quellcode in einer Open Source-kompativen Lizenz im Internet verfügbar ist und es auch eine aktive Community im Internet um diese Software gibt. Denn, wie wir gehört haben, der Mehrwert von Open Source besteht ja in der Community, nicht nur darum, dass man den Source-Code runterladen kann. Denn so ein Ding runterzuladen, selbst zu kompilieren und anzupassen, ist nicht ganz trivial. Der Mehrwert, das sind die Leute, das Ökosystem rundherum. Das natürlich auch zu bewerten und zu quantifizieren, ist auch nicht ganz trivial. Auch da muss man sich da im Detail noch ein bisschen Gedanken machen, wie man eine solche Community quantifizieren kann. Was sind jetzt meine Erfahrungen bei der Beschaffung von Open Source Software? Zuerst muss ich Ihnen sagen, dass ich Ihnen hier nur einen Slice, einen Teilausschnitt aus der IT-Beschaffung des Kantons geben kann. Denn die IT-Beschaffung des Kantons ist so organisiert, dass wir die sogenannten Fachapplikationen haben. Das sind die Software, die von einzelnen Ämtern eingesetzt werden für Ihre eigenen Zwecke. Und die beschaffen Sie selbst. Sie können bei uns Unterstützung, rechtlichen Support abholen, müssen aber nicht. Und dann gibt es die sogenannte ICT-Grundversorgung. Das sind die Lösungen, die wir den ganzen Kanton anbieten. Die werden von uns, von unserem Amt beschafft. Und ich gehe jetzt davon aus, dass es eher im Bereich der Fachapplikationen ist, wo eben die einzelnen Ämter im Lied sind, wo sich die Frage nach Open Source eher stellt aus beiden Grundversorgungsdienstleistungen wie Infrastruktur, Netzwerk, Telefonie, Server, die wir im Kajo einkaufen. Darum haben wir nicht einen vollständigen Überblick. Aber mein Eindruck ist, Open Source Angebote sind relativ selten. Ich habe bis jetzt nur einmal Gelegenheit gehabt, ein Beschaffungsverfahren zu begleiten, in dem ein Open Source Angebot einging. Und das scheitert dann erst noch am Preis. Wir hätten das gerne ausgewählt und die Erfahrung hat sich inzwischen auch bestätigt, dass das vielleicht die bessere Lösung gewesen wäre. Aber so geht das manchmal im Leben. Aber das war halt eben ein bisschen teurer als die anderen. Weil, und das sieht man halt hier auch, Lizenzkosten sind nur ein Bestandteil der Lebenszykluskosten, eine ICT-Lösung. Wir müssen natürlich im Beschaffungsverfahren alle Lebenszykluskosten berücksichtigen. Schulung, Einführung, Betrieb, Wartung, Support, alles. Und da war eben der Support- und Wartungsanteil höher. Ein weiterer Grund, wieso ich relativ selten Open Source Lösungen sehe in Beschaffungsverfahren, ist, dass sich das Maturitätsniveau oder die Wertschöpfungsstufe der Leistungen, die wir kaufen, tendenziell nach oben verlagern. Immer mehr kaufen wir vom Kanton nicht mehr Software ein, die wir dann einfach als Quellcode oder als CD erhalten, auf unserem Server installieren, sondern als Service. Also als Dienstleistung. Und zu einem solchen Service gehört die Zurfügungstellung der Software, teilweise auch aus der Cloud, Software als Service, mit Wartung, mit Support, Schulung, Einführen. Also einfach eine Bündelung und eine höhere Wertschöpfungsstufe der Services, die wir einkaufen. Das heisst natürlich für uns, für uns zählt dann der Servicepreis. Wie viel zahlen wir pro User, pro Monat, pro Jahr und nicht mehr so sehr, was sind die Lizenzbedingungen dahinter. Die sehen wir unter Umständen gar nicht mehr. Die sind für uns dann auch nicht mehr relevant. Eine solche Abhängigkeit von Service hat natürlich eigene Abhängigkeitsrisiken, die damit verbunden sind. Wir sind dann vom Service abhängig. Statt vom Lieferanten müssen Maßnahmen uns überlegen, wie können wir bei Bedarf den Service wechseln. Aber die Frage der Lizenzmodelle, die sehen wir dann gar nicht mehr. Das ist also der Eindruck. Ich sage aber, ich möchte jetzt aber nicht zu sehr zu negativ wirken. Open Source hat eine große Bedeutung in der öffentlichen Verwaltung. Einfach nicht zwingend vielleicht in den Beschaffungsverfahren, sondern primär im Hintergrund bei unseren Leistungserbringern. Die Webseite des Kantons werden zum Beispiel mit Apache gehostet, dem Web-Server, Open Source Web-Server. Aber den haben wir nicht eingekauft, sondern wir haben den Service, Web-Betrieb eingekauft. Und unsere Lieferant setzt jetzt eben Open Source Software ein. Und auch bei den Endusern ist Open Source im Kanton angekommen. Wir haben im Kanton zum Beispiel das Programm Gimp, die Bildbearbeitungssoftware eingeführt, also Alternative zum teuren Photoshop. Die kann jeder User bei uns bestellen. Sie sehen hier den Screenshot aus unserem Dienstleistungskatalog im Internet. Da kann jeder User das sich selbst aktivieren und so Photoshop einsparen. Und wir haben auch andere Tools wie SerenZip und kleinere Tools, die sehr günstig und wirksam sind. Aber auch die sind natürlich nicht im öffentlichen Beschaffungsverfahren beschafft worden, weil sie sind eben gratis, darum kein Beschaffungsverfahren. Das ist mein Eindruck auf der Beschaffungsseite. Nun kurz zur Publikationsseite. Wir haben schon seit einigen Jahren den politischen Auftrag aus dem Großen Rat, dass der Kanton Bern die Software, die er einsetzt, auch mehr als Open Source publizieren soll, damit die Öffentlichkeit davon profitieren kann. Wir, der Regierungsrat, die Verwalter haben gesagt, ja, das unterstützen wir. Wir möchten diesen Auftrag umsetzen, weil wir eben darin auch die Möglichkeit sehen, die Software, die wir uns entwickeln haben lassen, einer Community zur Verfügung zu stellen und auf diese Community dann wieder zurückzugreifen, wenn es um Weiterentwicklungen geht. Wir haben also typisch Juristen zuerst mal ein Rechtsgutachten eingeholt, das uns gezeigt hat, jawohl, das geht, sogar ohne Gesetzesänderung. Das Gutachten, habe ich gesehen, liegt draussen auch als Buch zum Kaufen auf. Es hat Schule gemacht, offenbar, kann ich empfehlen. Und das Ergebnis ist ein Service, den wir im CAIO kantonsintern anbieten, unseren Fachämtern. Dieser Service umfasst, wir Open Source-sourcifizieren eure Software. Ihr könnt zu uns kommen, wir zeigen euch, was wir machen müssen, genau in dem Sinn, den der Vorredner erläutert hat, um eine Community aufzubauen, um den Source-Code zu bereinigen, die richtige Lizenz zu wählen und dann diese Open Source-Community auch zu pflegen. Wir haben diese Unterlagen auch via GitHub ins Internet gestellt, sodass auch andere Behörden sich unter Umständen dann inspirieren können. Wir haben uns für die Lizenzen BSD-Free Clause, MIT und EUPL, also Europäische Public License, entschieden. Dies übrigens aus dem interessanten Grund, wir wollten zuerst die GNU-GPL einführen, dann haben wir aber gemerkt, da gibt es gar keine authentische deutsche Übersetzung dafür. Also haben wir uns für die Europäische Lizenz entschieden, weil die gibt es in allen EU-Sprachen. Was ist jetzt die Einschätzung, was ist der Stand unserer Arbeit? Wir haben bis jetzt nur eine einzige Applikation seit ungefähr einem Jahr publizieren können. Das ist der OREP Viewer, der Baudirektion. Das ist eine Web-Applikation, die es erlaubt, öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen auf einem Geoinformationssystem darzustellen. Eine sehr spannende Applikation, aber bisher eben leider die einzige. Und auch das haben wir nur geschafft, in Anführungszeichen, weil er in der Baudirektion eben einen OSS-Enthusiasten haben. Ich hoffe, den Informatikchef, der das auch vorangetrieben hat. Und wenn wir zu den anderen Fachämtern gehen und sagen, schaut mal, wir haben diesen Service, ihr habt doch auch so Software, das wäre das nicht eine Idee. Dann sagen sie, ja, das wäre schon schön, aber wir haben eben die Ressourcen nicht. Ihr sagt uns ja, wir brauchen Leute, die das dann pflegen und verwalten und dokumentieren und dann nach Fragen beantworten aus dem Internet. Und das wäre schon schön, aber wir haben nicht jemanden, den wir zu 50 Prozent oder zu 20 oder was auch immer für das abstellen können. Und das ist ein bisschen wahrscheinlich die Herausforderung, weil der Mehrwert von Open Source in der Verwaltung, der entwickelt sich langsam. Der entwickelt sich eben mit dieser Community und der fällt natürlich zu großen Teilen auch in der Öffentlichkeit draussen aus. Aber die Verantwortlichen in der Verwaltung, die das dann machen müssen, die spüren zum ersten Mal einfach Aufwand. Und da haben wir die Lösung noch nicht gefunden, wie wir hier dieses Problem lösen können, um die Leute ein bisschen mehr zu motivieren, diesem politischen Auftrag auch nachzukommen und ihre Software zur Verfügung zu stellen. Wir haben auch schon versucht, in Communities, wo wir bei anderen Kantonen mitmachen, den Vorschlag zu machen, wie wäre es, und wir open sourcen jetzt diese Software. Und da höre ich viel von anderen Kantonen, ja, aber da könnte ja jeder kommen, da könnte ja jeder unsere Software einfach brauchen und nichts dafür zahlen. Und da sage ich, ja, das ist die Idee. Und dann ist die Diskussion relativ schnell vorbei. Also die Kantonen, die Communities, das verstehe ich beziehungsweise im gewissen Grad, sagen, wir haben investiert, Zeit, Arbeit in diese Software. Wenn jemand die brauchen will, soll er auch in die Community kommen und sich beteiligen, auch finanziell, und dann kann er die Software haben. Und ein dritter Trend, der mir hier ein bisschen Sorgen macht, ist eben auch der Trend zur Cloudifizierung der ICT, beziehungsweise der Trend, die Services immer mehr in die Cloud zu verlagern. Das ist natürlich ebenfalls eine Herausforderung für Software, die traditionell auf Servern individuell betrieben wird. Wir haben also immer weniger Software, die wir überhaupt open sourcifizieren können, sinnvoll. Wir bleiben aber am Thema dran. Im Moment arbeite ich in der Verwaltung an Entwürfen für ein Digitalisierungsgesetz im Kanton Bern, wo wir die neue Digitalisierungsstrategie des Regierungsrates umsetzen wollen, die er vor ein paar Monaten veröffentlicht hat. Und wir werden uns überlegen, ob wir auch auf dieser Ebene vielleicht noch den einen oder anderen Impuls geben können, um dem Open Source-Gedanken auch in der Verwaltung noch mehr voranzuhelfen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Herzlichen Dank, Thomas. Ich will die knappe Zeit nicht selber belegen. Fragen schießt los. Da hat es. Also ich habe eine Frage für mich aufgeschrieben und zwar, das Problem ist ja in der letzten Zeit, dass es wie der Gewinner, wie er alles bekommt, oder? Also zum Beispiel, ich sage jetzt mal Microsoft, wer hat schon Microsoft nicht im Einsatz? Oder zum Beispiel auch die anderen großen Anbieter und so weiter. Und die Frage ist, ob eben diese Entwicklung mit Open Source quasi dagegen etwas steuern könnte, oder? Also tendenziell ja. Das ist die Idee von Open Source, dass man eine Community entwickelt, an der sich alle beteiligen können. Aber letztendlich entscheiden die Markkräfte, welche Idee, welche Software sie durchsetzt und welche nicht. Und da können wir als Kanton, als ganz kleine Player weltweit natürlich noch einen begrenzten Beitrag leisten. Noch eine Frage? Das wäre es gerade gewesen für den Moment. Auch nicht so schlecht, dann schaffen wir es um halb Mittag. Herzlichen Dank nochmal, Thomas, für deinen Einblick. Und jetzt begrüße ich herzlich Schilber Eitzinner mit einer Perspektive Bundesebene, eine der wohl wichtigeren, wichtigsten Fachapplikationen, nämlich Swiss Topo. Auch dir, ich überlasse dir die Bühne möglichst schnell, damit du möglichst viel erzählen kannst. Okay, danke schön. Auch von mir herzlich willkommen. Ich weiss nicht, ob ich das Tempo mitgehen kann, das Thomas vorgelegt hat. Ich bin ein bisschen langsamer im Rieden. Ich möchte euch kurz vorstellen, wie wir Open Source Software bei Swiss Topo einsetzen, an einem Fallbeispiel. Und vielleicht beantwortet das auch einige Fragen, die bis jetzt schon aufgetaucht sind. Es geht um das Geoportal des Bundes, das wir im Auftrag der gesamten Bundesverwaltung betreiben. Ich gehe kurz auf die Gründe ein, die uns dazu geführt haben, eben OSS einzusetzen. Die Risiken, die wir verwalten müssen dazu, wie die Beschaffung abgehen kann und könnte. Und ein persönliches Anliegen von mir, vielleicht als Nachricht an alle Verwaltungen, Investitionen in OSS zu tätigen. Das Geoportal des Bundes ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Das hat 2008 angefangen, Statistiken ab 2010 verfügbar und ist eigentlich im ständigen Wachstum. Man sieht, Ende dieses Jahres werden wir rund 22 Millionen Besuche haben, also pro Jahr. Und das wurde dann auch honoriert von verschiedensten Preisen. Der wichtigste ist sicherlich der Preis von der UNO, den wir für digitale Prozesse in einer Verwaltung bekommen haben. Es geht also mit Open Source. Man kann erfolgreich sein und man kriegt sogar Preise. Ich komme später noch darauf zurück. Wir setzen sehr viele verschiedene Open Source Software ein, also grosse bestehende Projekte. Thomas hat es erwähnt, Apache ist natürlich auch dabei. Aber wir lassen auch Open Source Software entwickeln. Wir machen wirklich beides. Der Grund ist ganz einfach. 2010 haben wir den Auftrag gekriegt, das Geoportal zu erstellen oder in eine neue Umgebung zu bringen. Wir hatten keine Zeit, wir hatten kein Geld. Wir wussten nicht, was wir erwarten sollen, wie erfolgreich es sein wird. Und da war eigentlich Open Source fast die einzige Möglichkeit, unter diesen Rahmenbedingungen zu arbeiten. Die Retio-Regeln waren noch nicht so strikt wie heute, aber trotzdem wollten wir unter dieser Grenze bleiben. Das haben wir uns selbst auch erlegt. Warum nun als OSS einsetzen? Grundsätzlich sage ich mal. Zuerst, es darf keine Religion sein. Auch wenn ethische Gründe, wie Benjamin gesagt hat, durchaus eine Rolle spielen. Bei den Entscheidungsgremien ist das kein Argument. Da kann man metaphysisch oder philosophisch argumentieren. Es ist kein Argument. Auch ist Open Source Software nicht gratis. Die Lizenz ist gratis. Aber der Einsatz, die Lebenszykluskosten sind zum Teil auch recht groß. Und man muss auch investieren. Wie Thomas gesagt hat, eine Community zu betreuen, das kostet auch. Man ist auch nicht unabhängig. Eine Frage wurde gestellt. Man hat eine Open Source Software entwickeln lassen. Man ist nicht zufrieden mit dem Provider dieser Software. Das heisst, noch lange liegt, dass dann andere freiwillig oder auch mit Motivation durch Geld darauf aufspringen wollen. Also man hat immer noch eine Unabhängigkeit. Und das ist auch gut so. Weil wenn man komplett unabhängig ist, hat man keine Partner mehr und man steht alleine. Also Unabhängigkeit ist nicht nur negativ. Grundsätzlich gilt, gerade in den Entscheidungsgremien wird relativ hart Kosten und Nutzen abgewägt. Das als Grundsatz. Also mit dem muss man umgehen können. Open Source Software bietet enorme Flexibilität aus meiner Sicht. Gerade in der Anfangsphase, wo wir sehr viel ausprobiert haben, gewechselt haben, Technologie evaluiert haben. Wenn ich mir die Beschaffungsprozesse vorstelle, jetzt mit Lizenzen und so weiter, dann wäre das nicht möglich gewesen. Also das ist nur möglich mit Open Source Software. Man hat eine gewisse Einflussnahme und eben eine gewisse Unabhängigkeit. Ich habe immer wieder ein paar Twitter-Zitate, weil ich nachgefragt habe, was von so einem Vortrag wie jetzt erwartet wird. Man kann Einfluss nehmen und viel mehr aus meiner Sicht als mit proprietären Anbietern, weil man eben auch entweder selber mitentwickeln kann. Also man kann Kompetenzen bei sich aufbauen, um mitzuentwickeln. Oder man kann eben Dritte suchen, die ebenfalls mitentwickeln. Ein Argument, das aus meiner Sicht immer wieder vernachlässigt wird und das wirkt auf der technischen Seite, aber auch auf der Beschaffungsseite, ist das Lizenzmanagement. Ich schätze mal, so 30 bis 40 Prozent unserer Probleme, die wir in der IT-Betrieb antreffen, vielleicht ist es weniger, Thomas wird mich korrigieren, hat mit Lizenzmanagement zu tun. Software funktioniert plötzlich nicht mehr, zu wenig Lizenzen, der Lizenzserver ist down, das File ist nicht mehr readable im Storage und so weiter und so fort. Es ist ein Kostenfaktor. Und der andere Faktor ist von Stefan Heul erwähnt, dass das Management hat nichts mehr zu tun, wenn es dann nicht über Lizenzen verhandeln kann. Das ist ein bisschen überspitzt formuliert natürlich. Die Transparenz ist normalerweise höher in Open Source Projekten. Man kann einsehen, man kann eben auch die Qualität abschätzen. Nicht alle sind so gut wie Benjamin. Es gibt wirklich unterschiedlichste Qualität, aber man hat wenigstens Möglichkeiten, diese Qualität überprüfen zu lassen, sei es durch externe Audits und so weiter, statt sich auf Aussagen von Anbietern zu verlassen. Kommen wir zu den Risiken. Die Qualität habe ich angesprochen, es gibt wirklich alles. Man findet hoch Qualität, also mit sehr, sehr hoher Qualität findet man Software. Man findet aber auch Software, wo die Qualität wirklich schlecht ist und nicht nur Dokumentation, sondern auch die Qualität der Software selber. Ein bestes Beispiel aus meiner Sicht ist OpenSSL, das diesen Hardbleed Bug hatte. Wenn man sich diese Software anschaut und auditiert, dann darf man diese nicht einsetzen. Die ist von der Qualität her wirklich nicht gut. Also wirklich bei der Beschaffung aufpassen, dass die Qualität sichergestellt ist, sei es durch Audits, sei es durch anderweitige Abklärungen. Dann das Image. Geben aus diesen Gründen, die auch von den Fragen her gekommen sind, ist ein bisschen nicht angekratzt. Es hat immer noch so, dass, darum habe ich den Bart stehen lassen, so das bärtige, so das missionarische, das muss man sich bewusst sein, wenn man mit solchen Images oder Ideen im Kopf agiert. Man muss dagegen ankämpfen. Und ein bisschen das Verstaubte oder das, sag mal, ja das Pionierhafte, das 69er-Feeling abschütteln. Weil OSS ist Qualität. Es kann Qualität sein und es ist wirklich kostenbewusst auch einsetzbar. Aber es ist ein Risiko, gerade wenn es darum geht, dass man Leute überzeugen muss, OSS zu beschaffen. Es hat verstechte Kosten. Auch diese Frage nach der Abhängigkeit, die sind nicht immer ganz klar. Aber das gilt grundsätzlich für alle IT-Projekte. Das muss man sich ganz klar bewusst sein. Abhängigkeit. Dort ist meine Erfahrung eigentlich ein bisschen, je grösser ein OSS-Provider oder ein OSS-Produkt, desto grösser ist auch die Abhängigkeit, falls man in den Genuss Kontrett hat, zum Beispiel einzusetzen, einer der grössten OSS-Provider. Von denen kommt man auch schlecht weg. Also das ist nicht viel anders, als wenn man Microsoft-abhängig ist. Das sage ich mal so. Also das ist, da muss man ein bisschen aufpassen. Man muss das auch managen, wie andere Dinge auch. Nun die Beschaffung der OSS-Software, worauf muss man achten? Wichtig aus meiner Sicht, und das wurde auch schon mehrfach erwähnt, ist die Community. Ein bestehendes Ökosystem. Wenn man von der Unabhängigkeit profitieren will, muss man wirklich sicherstellen, dass man eben unabhängig bleibt. Wir haben das mehrfach schon auch bewiesen. Wir haben ursprünglich Map-G-Admin mit einem Provider mitentwickelt und haben immer wieder Erweiterungen an drei, vier, fünf verschiedene Anbieter vergeben können, weil die Software Open Source war, weil sie von dieser Open Source Software auch wussten. Und wir konnten wirklich frei wählen und auch den Markt spielen lassen. Und dort konnten sich schon hunderttausende Franken einsparen lassen durch diesen Markt. Sehr wichtig. Professional Grade habe ich schon mit einem Qualitätsargument angeführt. Es gibt alles und man muss schauen, dass man wirklich etwas nimmt, das gut ist. Weil wenn die Qualitätsmangel ist, ist es einer der grösseren Kostentreiber, die man überhaupt haben kann. Ein wichtiger Aspekt aus meiner Sicht auch Master Only. Master Only ist ein technischer Begriff, den wir intern verwenden. Das heisst eigentlich nur, nehmt den Hauptstrang oder das Hauptprodukt eines Open Source Software. Nicht einfach eine Speziale, ein Fork oder Open Source erlaubt. Sehr einfach Kopien zu machen und so ein bisschen zu erweitern, oder? Gibt es viele Anbieter, die so etwas anbieten. Macht das nicht. Es führt zu Folgekosten, die man sehr, sehr abschätzen kann. Offene Standards und Schnittstellen. Auch das Argument wurde schon gebracht. Sehr wichtig. Gilt auch für andere IT-Beschaffungen. Dann, auch dieser Aspekt wurde schon angesprochen. Wenn es nicht Teil der Ausschreibung ist, gerade bei Entwicklungsprojekten, wenn man neue Software entwickeln lässt, dann wird es sicherlich nicht Anbieter geben, die das freiwillig anbieten. Das muss man einfordern. Und erst dann kann man auch etwas machen. Bei der Beschaffung von Software darf man es nicht beschaffungsrechtlich, weil es ein Ausschlusskriterium ist. Du bestätigst das Thomas. Aber wenn man entwickeln lässt, haut es rein, weil sonst wird das nicht passieren. Und dann braucht es ein bisschen Mut. Weil ich denke, das Risiko ist ein bisschen höher. Es wurde noch niemand gefeuert, weil er Microsoft eingesetzt hat. Das ist immer so ein Zitat, das man hört. Und auch dieser Aspekt hier eben auf die Awards zu besprechen kommt. Es gibt natürlich auch Provider, proprietäre Software. Es ist hier ein Beispiel. Es gibt viele andere, die überhelfen natürlich auch Käufer oder finanzstarke Käufer mit Preisen, damit sie so ein bisschen sich damit aufflustern können. Man braucht Mut. Investitionen in Software, ein persönliches Anliegen. Wenn ihr Software entwickeln lässt, schaut, dass es Open Source wird. Dann ist wirklich das öffentliche Geld, die Steuergelder am besten investiert, weil wiederverwendbar. In unserem Fall Mapge Admin ist die Basis-Software. in etwa 10 bis 15 anderen Portalen eingesetzt. Die haben das quasi gratis gekriegt oder mit sehr wenig Aufwand und kriegen auch noch den ganzen Support, das Bugfixing und so weiter einfach dazu. Ist nur möglich, weil wir diese Investition als Open Source zur Verfügung gestellt haben. Ein anderes Thema ist Crowdfunding. Auch das machen wir. Gewisse Libraries kümmern wir uns darum, dass wir ein Crowdfunding organisieren, um Gelder hereinzuholen von öffentlichen Stellen, aber auch von der Privatwirtschaft, damit Open Source Software entwickelt wird. Das ist beschaffungsrechtlich nicht ganz so einfach. Dort bewirkt man sich in einem grauen Bereich, der rechtlich noch geklärt werden muss. Vielleicht gehe ich zu den Anwälten hin und fragt man nach, was der Stand ist. Weiss es gar nicht. Da muss man ein bisschen aufpassen. Nicht zu viel machen und gerade wenn dann die Beträge wirklich hoch werden, also so um die halbe Million, dann wird dann schon ein bisschen hingeschaut. Damit wäre ich am Ende meines Wortes. Herzlichen Dank, Schilber. 12.29 Uhr. Wir sind blendend in der Zeit. Sehr gut gemacht, liebe Referentinnen und Referenten. Eine Frage noch an Schilber. Es sollte drin liegen. Gibt es eine? Oder sind alle schon heiß, hungrig? Dann lassen wir doch das so stehen. Ich möchte euch alle noch mal hervorne bitten und euch ein kleines Dankeschön. Ihr nehmt es dann. Ich verteile jetzt das nicht. Kein Problem. Euch alle noch einmal herzlichen Dank, großen Applaus und jetzt guten Appetit.